What's up? Willkommen zurück zu Monster Hunter 3! Der B2LP startet die Aufnahme spontan? Ich wollte das fangen. Oh, es ist tot. Wo ist das denn? Das ist so ätzend, ne? Das ist echt ne Plage. Dass ihr so sehr super stark seid. Achso. Tom Bay wollte das Monster fangen? What's up? Ja, das nächste können wir fangen. Nur für dich. Ach, ein Rahn-Wüvernstein! Ist ja schön, der ist ja nur Rarität 9 oder so. Ja. Dann geht das doch. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Dragon leuchtet! Nein, der geht hoch! Er will irgendwen was schenken. Er will irgendwen was schenken. Okay, ich geh zurück. Wahrscheinlich gegen Gift. Ach, wir wissen nicht, wir wollen was haben. Jetzt loot ich da. Bling, bling, bling. Gegen Gift erhalten, ja! Komm und rette mich! Oh mein Gott! Ach, er ist da. Wer? Er ist hier auf dem Screen. Kommt grad angehoben, Bild. Das nächste Mal geh ich zum Frisur und sag ich hätt gern so ne Frisur wie Tokio Hotel früher. Haha, geil! Also, wieder Militärschnitt. Die rechnen einfach ab Kleinkinder, Alter, wo die Haare grad anfangen zu wachsen. Aber nicht so wie als Embryo aussah. Klappt schon! Nooo! Ich wollte den fangen! Ich auch! Was ab! Komm, hier husten! Was der verreckt ist? Wie ich hab was gelegt... Oh, müssen wir doch einfach den falschen kaputt. Ah, der doch nicht. Doch, mach ich wohl. Jetzt müssen wir nochmal irgendwelche Monster töten. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn, warum? Lohnt sich doch überhaupt Essen, ey? Ja klar, wenn du Loot haben willst. Warte los! Der Läger hätte sich hier zum Beispiel schon mal mehr gelohnt. Hat er da schleicht da? Sag mal! What? Dann kriegt er erstmal nen Schlag in der Fresse hier. Warte los! Bam! Ja, okay. Dann kriegt er alle wieder. Tschüss, Zombie! Ich freu mich ja schon, wenn die erste Folge oben ist, wo jemand mitspielt. Wie sie dann alle in den Kommentaren abgehen, dass sie mitmachen wollen. Wohl eher. Alter, der nutzt aber ne Waffe, die es im Spiel gibt. WTF? Wie kann man denn sowas machen? Nein! Ich steht übrigens immer noch ab und zu unter den Parts, ne? Warte, mit der Waffe oder... Jetzt frag ich mich grad, ob die das parodieren oder ob... Ne, ne, also manche ist nicht ernst. Okay. Ich schalte einen CD aus Waffen und fließ den Part wieder und sowas. Loll. Okay, dann macht er was. Aber zumindest haben wir ihn aufgemacht. Manche Zuschauer geistig behindert? What's up? Alter, wie viel Zeug? Wow, ja. Geil! Ich sollte ja einfach stapeln, aber nein! Vielleicht kann ich ja irgendwann mal was bauen, das wär cool. Ja, irgendwann. Es gibt übrigens schon Monster Hunter, was am PC ist, ne? Ja, das ist überschrieben von dir. Ja, richtig. Gibt's auch auf Android. Richtig. An Android? Mein Freundchen muss ich immer an Digimon denken. Ich denke, die Steuerung auf dem Android-Handy wär nicht schlimmer als wie hier auf der Wii U. Nö, nicht unbedingt, ne. Stimmt automatisiert so. Genau. Mit Zielhilfe wie bei Konsolen. Du kannst gut zielen. Ja, mit automatischen Zielen, genau. Boah, Alter, du hast ja voll den krassen Aim. Äh, Zielvorgabe-Dingens. Ja. Automatische Zielen. Die ganzen Ochsen, die auf Playstation immer die ganzen Sachen spielen. Ja, mit Zielhilfe. Ja. Der ist voll gut. Hat Ellotrix bestimmt auch an. Ja, klar. Was denkst du? Und dann noch Spawn trappen. Ja. Und Falcon, ja bitte. Du kannst dir aus dem Nagakuga ein Schwert herstellen. Das hat äh, 25-prozentige Critch-Horse-Genland-mäßig. Hui. Ich hab mir immer nur ne Naktorklaue fehlt. Ne, ich könnte da so reintreten. Nagakuga? Nagakuga. Das war dieser, dieser Schledermaus-Panther. Nagakuga. Achso. Hakuna Matata? Diesen Song mag ich gern. Oh, danke, jetzt hab ich nen Ohrwurm. Dämonio brauch ich, Dämonio. Dämonio, Schei. Ich könnte übrigens ne Waffe mit, äh, weißer Schärfe herstellen. Dann Marat? Äh, ne, also ich, äh, wir, wir haben alles dafür schon getötet. Also ich müsste nur nen Stahl-Uragan töten. Ein paar Mal. Achso. Aber die weiße Schärfe ist so minimal, dass es sich nicht lohnt. Boah, jetzt bin ich gespannt. Oh, warte mal, ne, den, den sollten wir jetzt nicht töten. What? Hat die WTF-Familie überhaupt noch so ne Quest? Kunde, ja da. Aha! Aha! Das wird lustig. Was müssen wir töten? Das wird lustig. Keine Ahnung. Sah aber gefährlich aus. Das sah gefährlich aus. Na komm zu. Was soll ich denn machen? Essen, ne? Essen. Solltest du vielleicht tun, ja? Alter, vier Monster. Krass, ne? Was denn das denn für Quests? Oh, ne Ultra-Glücks-Katze. Yeah! Ist sie gut oder was? Jetzt sterbe ich bestimmt. Oh, ihr habt nen Gutschein eingelöst. Sehr gut. Alles ist frisch. Na toll. Da muss ich gleich erstmal Danke sagen. Aber ich nehm den Zerleger, glaub ich. So. Dann. Ja. Kann es allen nicht weitergehen. Doch, gut. Ich hoffe, das war nicht falsch. Welch ein überwältigender Geschmack. Alter, jetzt ist halt noch schneller. Ja, was? Wir haben Hunger, ne? Auf wen müssen wir wieder warten? Auf wen müssen wir wieder warten? Auf wen müssen wir wieder warten? Danke für den Gutschein. Und keine Sorge. Weil diese Bonzen mit ihren Gutscheinen. Ich hab auch noch tausend, aber ich will keinen verschwenden. Ja, du sparst ihn, dann bist du aufhörst zu spielen. Genau. Ja, alle bereit. Go, 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 go. Ja, ist okay. Ist okay. Also langsam reicht es dir. Ja, ich hab Hörschutz. Ich hör dich nicht. So. Böse weiß und blau. Warum nicht böse schwarz und blau? Da trauen sie sich wieder nicht, ne? Ja, da, ne. Das finde ich aber auch nicht gut. Hör mal. Ich hab ein. Habt ihr auch was? Welche Farbe bist du? Gelb? Ich hab deinen Udi. Dann komm ich schon mal schnell rüber. So. Und ich bin natürlich im Lager gespawnt. Du Glückspilz. Hier gibt's keine Karte. Hier gibt's keine Karte. Ja, weil wir jetzt im Geger-Rang sind. Wahrscheinlich gibt's nie wieder Karten dort. Wahrscheinlich gibt's nicht mal mehr die Vorräte. Ach, muss ich jetzt hier alles auswendig lernen, oder was? Warte, es gibt keine Karten. Der mittlerweile weiß man doch alles auswendig. Äh, ne. Alle nicht, ne. Okay. Zumal die alles so komisch verzwinkt ist. Zumal die alles so komisch verzwinkt ist. Ich will die mal aufs Gesicht schlagen. Danke. Ja gut, ihr habt die dreifache Spielzeit von mir, ne? Dann wüsste ich das auch. Ich hab die dreifache AFK-Spielzeit. Ja. Nein, 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 nein. Doch, doch. Oh, die Hasen. Das zählt nicht. Ja, die Hasen. Manuel, AFK-Spielzeit zählt auch, ja? Was wir nicht rausreden. Boah, geil, wie ich ihn nicht getroffen hab. Sehr effektiv. Aua, das hat weh. Oh, hab ich in die Fresse weggeschlagen. Oh. Und wieder nicht getroffen, nein. Warum? Weil der Peter verstirbt. Ich werd erst mal was trinken. Ganz normales Viech. Ja, aber der hat mich gehauen. Und das ist der G-Rank, aber abgeschwächt. Hat. Der G-Punkt. Was? Oh. Boah. Kann er mal stillstehen? Der geht voll ab. Ja, wir kämpfen gerade auch schon gegen einen. Ja, ich weiß, Engeler, Kombi. Alter, der kann ja einen riesen Eisball machen. Ja klar, die werden auch ein bisschen stärker. Ja, aber wie krass das aussah. Könnte ja eine Eisdiele arbeiten. Ja. Das war auch mein erster Gedanke, Peter. Echt. Aber dann kostet der Kugel 2 Euro, das wär's ätzend. Okay, ich weiß, was du meinst, Peter. Mein Leben ist irgendwie auf einmal leer. Ja, genau. Hä? Und warum? Gegen wen kämpft ihr denn eigentlich? Großbagi. Monster. Achso, wir gegen Lagombi. Echt? Habe ich ja nicht schon erwähnt oder so. Ne, hast du? Ja, habe ich. Ich hab dich äh... Bei mir ist da anders rum. Nein, wir müssen alles zweimal sagen. Wenn du nicht scheißt, dann höre ich dich nicht. Achso. Ja. Ich hab äh... Anti-Hörschutz. Anti-Hörschutz. Oh, zum Glück. Er wendet sich vor mir ab. Oh, ich geh drauf. Oh. Nein, das geht ja. Er ist ja taub. Als Anti-Hörschutz. Haha. Ja, genau. Achso, das warst du. Teamwork. Du wolltest dich nur retten, ne? Vor seinen Angriffen. Haha. Hui. Bam. Ich schlafe ein. Schlag einfach weiter um mich. Wunderbar. Ich schläfe ihm ein. Sauber hab's geschafft. Was los? Yeah. Wie ist die Lage? Tut mir auch mal den gefallen und schläfert die an. Ich hab nämlich ausnahmsweise einmal in meinem Leben eine Ultra-Glücks-Katze. Nix. Er ist K.O. Wir zerlegen den. Haha. Gut gemacht. Achso. Ne, ne. Am Ende ja nicht. Das ist ja wieder. Meint ihr, der ist schon fangbereit? Ich denke schon. Ja, dann. Oh. Haha. Das sind solche Arschlöcher. Ich hab grad einen Mangel. Ich hab nur fünf halt Megatränke. Ich nehm die gerne, die gratis Megatränke. Ja, genau. Brauch ich auch. Unbedingt. Vor allem wie teuer die auch sind. Ja. Tut mir leid. Ja. Keine Sorge. Tipptopp. Kommt da Omega-Tränke raus heute, dann mach's mal. Ne, glänzendes Amulett. Glänzendes Amulett. Da können die uralten Scherben rauskommen, wo man gleich ne Stufe 8 Waffe rauskriegt. Das hätt's mir nicht sagen dürfen. Haha. Jetzt ist er nur noch an den Erzen. Jetzt tut's mir leid für euch. Ja, ich hab immer das Gebiet hier abgefarmt. 100 Mal. Warte mal. Weil es... Manche Erz, die sind auch so seiten, dass man... Ich hab fünf Stück, glaub ich, gekriegt, obwohl ich hier zehnmal drin war. Von einem Erz. Ich hab ein Auriesteinstück. Auriesteinstück? Äh. Äh. Das ist ein Kontorobjekt. Okay. Auristenstück. Guck mal, er hat's verstanden. Ricola. Warum gibt's denn noch Eisenerz, ne? Die Pille-Männer hier. Und er schreibt mir Hallo. Hier kommt was. Ja, ich seh schon. Ah, guck mal, wir müssen gar nicht weglaufen, cool. Wenn automatisch nachgeliefert ist, wie bei McDonalds am Vliesband. Cool. Nur nicht so schimmlig. Und mit altem Fett gemacht. Quatsch, das ist alles brisch. Ich mag den alten Fettgeschmack. Hahaha. Ich mag vergammelte Scheiße. Ich mag gegrillt. Aua. Er hat mich aufgeweckt. Keine Ahnung, wie war's eigentlich im Urlaub? Oh, fuck. Das fiel ich mit dem Turntier die ganze Zeit rum. Hahaha. Stimmt ja, da kommt ja unten, wo ich schon wieder da bin, ne? Haha, genau. War eigentlich ganz cool, ne? Oh, vielleicht bin ich auch verunglückt. Vielleicht sind wir ins World Trade Center reingeflogen. Ins Neue? Ist Neue. Die Parts sind trotzdem geplant. Und wenn Manu gestorben ist, er vererbt mir alles offiziell. Nö, hab ich nie gesagt. Doch, ich hab's aber gesagt. Und das Video kommt nach deinem Tod. Fertig. Also mein ganzes Geld geht an meine Mutter. Als Videotestament hier offiziell. Das sollte eigentlich gelten. What? Und äh. Wir brauchen nix. Der Computer und die technischen Sachen. Hahaha. Die gehen an. Sips. Ne. Warum denn an den? Warum nicht an wen denn? Ich bin auch tot. Hahaha. Wollen wir den nicht fangen? Sonst würde ich's natürlich gerne, Manu. Ich wüsste gar nicht an wen dann das geht. An mich. Ich will dein Zimmer. Ich schließ dann auch immer die Tür ab. Ich verspreche's. Liebsen dann hier? Ja. Gonzo, du darfst nicht mehr hier rein. Wie bei Luna. Ich lasse die Luna ja echt nicht rein. Ja, WTF will ich überall Haare haben, oder wat? Ja, wenn du schon ne Glatze hast. Was? Domean-Frisur bitte. Hahaha. Sieht aus wie unsere Tante. Und er ist ja gar nicht ne Tante. Tante. Acht. Wir sind doch noch nicht mal mit der verwandt. Hahaha. Hör mal auf mich zu hauen, du verkackte Scheißvieh. Ich will dieses Erz haben. Gib mir wat geiles. Los. Äh, hi Lagombi. Ja, jetzt. Tötet den nicht. Wat? Wen? Wat? Wir sollen ihn nicht töten? What's up? What's up? Ach cool. Das meinst du? Diesen riesige Schneeball, der ganz klein losrollt? Da? Warte ich mal den auch mal an. Ich hab die Aufnahme. Der wird größer? Ich dachte der... Hi. Ne, das ist ein ganz kleiner Miniball. Der rollt da raus und der wird dann immer größer. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich habe immer nur groß gesehen. Ich laufe um ihn herum. Vielleicht mach den ja nochmal. Der macht den die ganze Zeit. Da musst du gar keine Angst haben. Ja Peter, komm mal her. Achso. Ne, wir farmen gerade. Tut mir leid. Ihr habt gerade gesagt, der hat die Aufnahme. Jetzt mach den nochmal. Ja, in der Aufnahme wird immer gefarmt oder geschlafen. Ende. Da rollt er schon. Da rollt er schon. Ah, ich seh'n, ich seh'n. Jetzt kann ich weiterfarmen. So, und den bitte fang. Danke. Boah, wie der abgeht. Wie der abgeht. Wie der abgeht. Wie ein Zäpfchen, ne? Wie ein Zäpfchen. Den hatten wir schonmal. Ja, aber nicht in G-Rank. Der hat mit dem Low-Rank das letzte Mal. Stimmt. Boah, haut der rein. Haut der rein. Heißt du, das ist jetzt nur der Plus-Dings, oder? Wenn der G-Rank kommt, ist der G-Rank. Genau so steigt wieder Plus. Sehr nice. Vielen Dank fürs Schlagen. Du Arsch! Oh nein. Sorry, Zombie. Boah, das war aber knappe mal. Sorry, Zombie. Schlägt mich nochmal. Gut. Ja, aber wenn die einmal anfangen, kann ich nicht mehr aufhören. Die Waffe ist so schwer. Hey! Das war die Rache. Achso. Ihr sich da durchdreht. What? Bam. Ach, Mist. Ich find'n cool, wie der sich bewegt eigentlich. Der bewegt sich genauso wie der Azuros und wie der andere. Ah, guck, da kommt schon wieder der Riesenball. Schlag mich! Schlag mich! Danke. Aber nicht immer über die Gegner. Was ist denn los hier? Woah, ich bin gleich tot. Tut mir leid, ich kann nur einen Angriff. Oh shit, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich hab nur einen Knopf. Ja. Voll der Paladin hier, ey. Warte, da waren viele Knöpfe, da waren mindestens drei. Ja. Angriff, Bubble und Ruhestein. Ne, dat war ein Makro, du. Achso. Bubble, Ruhestein weg. So, ich glaube, wir können ihn fangen. Könnt ihr mal bitte irgendjemand eine scheiß Falle hinpacken? Lass ihn einfach mal schauen. Vielleicht dreht er sich weg und läuft. Ne, Dragon hat ihn gleich platt. Oh, Dragon, hör doch auf! Ja, woher soll er das wissen? Warte. Nein, äh, ich werde schlafen legen. Hast du auch Leben gedrückt? Ja. Und dann, verstanden. Ich glaube, das hat er nicht. Doch, hat er. Okay, dann macht man eine Falle. Wir können doch, wenn er, wenn er nicht denkt, erst mal drauf einprügeln, das ist doch kein Problem. Okay, Peter legt die Falle. Hilfe! Okay, warte. Ich hab keine Falle. Genau, der, der gerade stirbt. Ich hab keine. Falle, Licht! Jetzt! Kommt hier! Aua! So, wirft du die Bälle. Ich schlag direkt drauf. Jetzt, jetzt! Bälle, Bälle, Bälle! Ich glaub, einmal hast du mich getroffen, ja. Egal, ich hab ja 2. Deal erreicht. Darf ich dir? Das klappt immer, das klappt immer. Das klappt immer. Sauber! Erze! Hier waren noch welche, komm! Schnell! Wir schaffen das! Euro Training! Euro Training! Ach Mist, jetzt ja gar nix! Boah! Nimm ich den Schmetterling! Schmetterlingerze! Ah, bei mir ist ein Erz. Nups! Ich wollte eigentlich in die andere Höhle rein, aber da war eine Sackkasse. Schwere Rüstkugel! Er hat Sack gesagt! Los! Bau schneller ab! Beständiges Amulett! Herr Kondurome! Oh! Dreimal konnte ich das Erz abbauen! Narration? Ja, war ja so klar, ey! Geh bloß weg damit! Jetzt bin ich gespannt, wie viel ich bekomme! Zwei von vier Monstern gefangen und zweimal den Lagombi, also müsste ich echt vier von den kriegen! Oh! Hier ist ja gar nix, Manu! Doch, das sieht man nur schlecht! Eigentlich! Und ich habe ja A gedrückt, durchgespammt mit A! Oh! Oh! Oh, Mannesack! Da war doch ein Erz! Jetzt könnte ich das Pets erreißen, weil ich schon da dran war! Objekt, der zum Schätzen zu der Objektbox hinzugefügt! Alter! Ja, wieder ein Eroberer-Siegel! Cool! Geil! Ist das das rote? Ja, cool! Ja, ja! Braucht er bestimmt auch irgendwann mal! Ich brauche es aber nicht! Kaiser-Kamm! Ist das selten? Ein Kaiser-Kamm? Ne! Sieht ziemlich selten aus! Weil ich ja diese Epic-Waffe habe, werde ich einfach meine Rüstung so lassen, wie sie ist! Ha! Ha! So dachte ich mir jetzt! Sonst ist das unfair! Ja, eben! Sonst ist das einfach unfair! Sonst heckst du dich durch das Spiel! Boah, geil! Ein rar Neuntal! Das Mann! Wegstecken! Wir haben einen der kleinstmöglichsten Lagombis getötet! Oh, Dragon hat wieder den Gutschein eingelöst! Ich bin doch niemals da! So! Jetzt fertig hier! Ich würde sagen, guckt in die Playlist! Und bis im nächsten Part! Tschüss! Tschüss! Tschüss!